Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ja, heute im Herr der Ringe Video geht es um einen Söldner-Trupp, den ich zusammengestellt habe. Und ich sage dies, weil meine Aufnahme, die ich davor gestartet habe, abgebrochen ist, weil ich zu wenig Speicherplatz hatte. Und ich erwähne dies nur, damit ihr rafft, worum es geht. Deshalb, ich gehe mit dem Söldner-Trupp schön nach Angma, um dann so ein bisschen Action zu haben. Deshalb, viel Spaß beim Video und schaltet auch unbedingt Freitag ein, wenn wir live sind auf diesem Kanal bei Dinosaurier-RP. Alles gut, die den Leuten da vorne kenne ich, die werden uns nicht beherrlichen. Okay, es ist eine Not, wir sind Reisende aus fernen Ländern. Das zieht mich, jeder kennt mich, jeder kennt mich. Macht mal einen Akzent, du bist ein Hobbit. Spricht mal anders, zeigt mal, was ihr könnt. Ihr seid nicht mehr Elenau, ihr seid Tanja. Salut. Tanja. Tanja. Wie kommt's auf Tanja? Das war jetzt spontan. Tanja? Da kommen sie schon, alles klar. Hallo, seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Gibt's einen Grund, warum ihr hier versammelt seid? Wir sprechen hier drauf mit dem Reisenden. Alles gut, wir sind ein bisschen am Erkunden. Wir wurden nur zum Schutz von dem Herrn gegrüßt. Denn mir wurde nämlich gesagt, hier soll es Drachen in den Landen geben. Und ich persönlich habe noch keinen Drachen gesehen. Aber dieser Herr, Halftern Ragnason, hat schon einen Troll, hat er gesagt, mit bloßen Händen im Armkampf. Erledigt. Und dann denke ich, einen Drachen, den wird er erwürgt. Erwürgt sogar. Ja, okay, gegen die Spielregion. Wie ist das hier mit Gelei? Darf man hier langlaufen? Oder gibt es da Waldtaten, die auf mich warten? Prügel. Handentnehmung. Verstümmelung. Oder ähnliches. Das kann sein, ja. Ich versuche schon, diesen Tag zu vergessen. Dann würden wir die Straßen einfach mal weiter entlang gehen, nicht wahr? Jawohl. Mach das. Man sieht sich. Haus rein, Raksa. Man sieht sich. Jo, jo, hau rein. Tschüss. Jo, Raksa. Schneegebiet ist rechts von uns. Das ist nicht geradeaus. Ne, da. Ach so. Stimmt. Ja, meine ich ja. Dann kommt mit. Du kannst nicht vorbei. Eine Welt gefangen in einer Welt. Das ist eine Illus... 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 Illusion. Halftan ist weg. Illusion. Wo ist Halftan? Halftan hat sich gerade gefühlt schlafen gelegt im Laufe. So. Halftan ist in die Illusion gerannt. Gut. Gut, günstiger für mich. Kommt mit. Sehr gut. Ich würde sagen, wir warten hier auf Halftan für zwei Minuten. A few minutes later. Kommt Halftan? Äh, ja, Illusion macht gerade einen Rauch. Oh, ja, ich sehe die Zigarette. Ja, ich konnte es jetzt anders nicht wirklich kennenlernen. Schnee und Wüste. Ich habe nur hier den Sand. Wüste. Mit Wissenschaftlern sind wir in der zentralen Sahara unterwegs. Der größten warmen Wüste der Erde. Hier ist die Wüste. Willkommen in der Wüste. Willkommen in der Wüste. Wir haben gesehen, was euch zuvor gefallen ist. Okay. Ja, tut mir leid. Das ist für mich unbekanntes Gebiet. Doch unbekannte Gebiete werden bekannte Gebiete. Sind Sie bereit? Es kann sein, dass wir sterben. Oder wir leben. Natürlich. Werden wir schon nicht. Richtig, holen uns da schnell raus. Wir verkaufen einfach den Tuck. Sehr gute Idee. Was? Wir werfen ihn. Mich kennen sie, das ist... Ah, er verkauft einfach... In einer Art Delikatesse. Eine Delikatesse? Delikatesse in diesem Gebiet. Ja, ja, das ist leider so. Okay. Ich würde sagen, wir ziehen es jetzt einfach durch. Laufen durch. Die Mine ist einfach rechts halten. Da kommt die Mine. Sehr gut. Albert Einstein sagte einmal, der glücklichste Gedanke seines Lebens war die Vorstellung einer Person, die von einem Hausdach fällt. Dafür haben wir die Reise gemacht. Unter anderem. Kann ja nur schief. Habt ihr Bedenken? Uff. Ist sehr gefährlich immer. Sag ich mal so. Wir sind ja gerade unter uns, nicht wahr? Falls es brenzlig wird, nehmen wir unsere Beine in die Hand, ja? Problem ist, wir haben nur den Leiter. Und wenn sie die Leiter gut beschützen, wenn es keine Idioten sind, haben wir keine Chance. Na, wir sollten deswegen auch jetzt raus. Wollte mir mal einen Überblick hiervon verschaffen. Ich muss schon sagen, dafür, dass sie ein Zivilist ist, sind sie schon ziemlich mutig, ne? Ich bin ja kein einfacher Zivilist. Ich denke, wenn sie jetzt hier ohne unsere Unterstützung laufen würden, dann wären sie schon längst nicht mehr da. Ich glaube, die Orks hätten Respekt, weil sie so viel Eier hatten, sich einfach hier reinzutrauen. Boah, was ist das denn? Für die Weißblüte. Was ist denn das? Was ist das? Okay, das funktioniert nicht. Ich dachte, das war mal ein Moment. Vielleicht rückwärts. Ich habe einfach in den Bach geschissen. Hier, Fanta, kannst du dich kurz mal mitziehen, weil ich, äh, bei mir ist gerade Essen. Komm, deswegen. Ey, wir tun wir essen! Gut. Wir gehen dort rein. Ähm, das würden wir, würden wir nicht lieber vorschlagen. Lieber ich. Wieso? Das ist der Hauptstadtbereich. Das ist der Hauptstadtbereich von Agma. Wisst ihr, meine Herrschaften, wenn man den Schwanz einzieht, erlebt man nie den Tod. Da habt ihr recht. Aber das wäre auch langweilig, fände ich. Also, komm. Uff. Hört ihr das Peitschen, Klänge? Ja. Scheiße. Lass mich reden. Lass mich einfach reden. Also, kommt mit. Ähm, wir bringen Kundschaft. Elinor bleibt hinter mir. Hallo! Bitte. Sind wir jetzt handelsweise noch? Elinor. Seid gegrüßt! Okay, sie sind... Hallo! 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 Hallo, ihr da! Seid gegrüßt! Darf ich mich einmal vorstellen... Oh, was ist jetzt los? Entschuldigt den, bitte. Tut mir leid. Äh, ja, bitte. Ich bin Elinor von Gresenheim und würde einmal fragen, ob ich und meine Gefährten hier denieren könnten für die Nacht. Wir bringen auch Erze Erze, Blüten und das ein oder andere Betriebsgeheimnis von Gondor. Und, äh, vor allem wollen wir die wohlbekannte Gastfreundschaft der Orks, äh, zu Kenntnis wissen. Wäre dies möglich? Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Ähm, ich auch. Ich frage mal eben nach. Ich bin sofort wieder da. Natürlich. Er bleibt an meiner Seite, ja? Okay. Okay, ja, mein Vorgesetzter kommt. Der wird das mit euch klären. Der Vorgesetzter? Dürfte ich den Namen von ihren Vorgesetzten erfahren. Alles, Jürgen Salamandra. Ist wirklich sehr nett, dass sie so gastfreundlich sind. Der Raxa. Raxa war das? Ja, das ist so schön. Eins, zwei, drei, vier. Ach komm, lass sie doch drin, ey. Entschuldigt, entschuldigt. Lass sie doch drin, ey. Nein, 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 nein. Okay, Mission ist fehlgeschlagen. Get out, get out. Ähm, move out, move out. Kannst du nicht bis 10 zählen? Eins, zwei, drei, vier. Ach komm, lass sie doch drin, ey. Entschuldigt, entschuldigt. Lass sie doch drin, ey. Oh, sie fetzt. Oh, wartet. Wartet, wenn sie den Häuptling schlägt, übernehmen wir den Clan. Oh, okay, weg. Ja, ich glaube, das wird gleich eine Rettungsmission. Warte mal, nimm mal kurz halbieren. Ich denke, wenn sie jetzt hier ohne unsere Unterstützung laufen würden, dann wären sie schon längst nicht mehr da. Ich übernehme die Sache. Haut ab. Nein. Ihr habt recht. Wir übernimmt ihr das. Geh mal weg. So, wir hauen ab. Was macht denn der jetzt? Wir können Elena nicht zurücklassen. Oh, okay, okay. Oh, nein. Schwein, Junge. Sollen wir dich essen, oder was? Ja, ich bleib mal hier. Wir haben eine eurer Söldnerinnen, und die mussten wir zurücklassen. Ob es gut oder schlecht, Nachrichten sind wir mal sehen. Ein gewisser Alessio Salamander hat sie an sich gerissen und will diese nun heiraten. Um mit ihnen über die Schicksalsprägen zu herrschen. Ja, das ist mir tatsächlich ein bisschen mehr wert, als nur, dass sie mal anders begraben wird. Nein, sie lebt noch. Jetzt zurück. Jetzt wird's spannend. Ich hoffe. Ich werde jetzt mit Alessio reden. Mit Alessio? Den kann ich euch herholen. Ja. Soll ich den Rauch machen? Ich bin begeistert. Bin wieder da, bin wieder da. Ihr habt alles verpasst, halfstern. Scheiße, was denn? Wir haben Elena verloren. Alessio ist mein Gehirn. Und jetzt will der General Alessio, äh, haben. Okay. Ihr seid von mir. Wo ist denn meine Elbin? Welche Elbin? Na, die Elbin. Ja, denen hab ich den Nicknack geschickt. Was ist denn Nicknack? Du kennst keinen Nicknack? Das war der alte Kriegser, Junge. Seine Weißheiten waren bestes. Wer so viel Power hat, will mehr als snacken. Nicknacks. Hatten wir Nicknack gesagt. War der beste Mann. Philosoph seiner Zeit war der. Nicknacks. The Double Crunch Peanuts. Bester Krieger Angmas. Kussgelein, Russ. Kussgelein, Russ. Kussgelein, Russ. Ihr seid begrüßt, Eure Majestät. Es ist uns eine Ehre, euch kennenzulernen. Tag. Sagt mal, habt ihr das Gebiet von Angma zurückerobert? Mir wurde gesagt, dass ihr den Krieg geteilt habt. Eure königliche Hoheit, das ist was schön, euch einmal kennengelernt zu haben. Irgendwann, irgendwann würde ich gerne mal eure königlichen Halen bewundern. Mir wurde gesagt, sie sollen goldener sein, als der goldene Arsch des dunklen Herrschers. Warum sind die hier? Ja, das können sie ruhig machen. Den wollte er zu Eintritt pro Person. Hey, Bardo, sei leise. Melden sie sich vorne bei uns das Tor an und dann werden sie da bestimmt noch und kommen. Ja. Sagen Sie mal, sind Sie Musikant? Oh, liebe Brüder, öffnet eure Rüstung. Nee, ich bin nur Gauner. Ich meine, ich bin Händler. Ich bin Händler. Ach, das ist doch sicherlich nicht so, wenn ich den Goblin hier Kopfkürzer mache, oder? Ähm, alles, was ich finde auf meinen Reisen. Juwelen, Schmuckstück, Information. Also würden Sie es auch schaffen, irgendwie hinter feinliche Linien zu kommen? Ja, das haben wir bereits geschafft, nicht wahr, Jungs? Na gut, da muss ich wohl meine Männer jetzt rieberwachen. Ich wünsche noch einen angenehmen Arzt. Der hat einfach nur die falsche Lerla. Der hat nur die falsche Lerla. Der hat nur die falsche Lerla. Ja, ich bin ja ein bisschen unwichtiger. Da spiele ich dir doch glatt eine traurige Weise auf der kleinsten Violine der Welt. Warum, wen haben wir denn eigentlich verfolgt? Was für eine Wander*** ist das? Ja, entschuldigt, ich meine, was für eine Schlampe. Das ist die Nudelarbe. Man kann Nudeln machen warm, man kann Nudeln machen kalt. Seid gegrüßt. Hallo. Seid ihr die Nudelarme? Du Armfrau. Ja. Warum heißt sie so? Macht ihr Nudeln? Ähm, nee, ich, ähm, lalalala, lalalala, lalalala. Deswegen heiße ich so. Das ist echt gruselig. Ähm, sagt mal, habt ihr hier irgendwelche Bären gesehen oder andere Wildtiere? Ja, das mit den Armen ist echt gruselig. Nee. Nee, hab ich tatsächlich nicht. Seid ihr Jägerin oder? Wieso? Weil ihr wirkt, als ob ihr auf der Jagd seid. Laufen welche rum oder? Ja, das wissen wir nicht so genau. Ihr seid aus wie eine Jägerin, so wie ihr hier rangepirscht seid. Ach so, nee, ich bin Archimistin. Ach so, dann sucht ihr nach Kräutern? Ja, schon. Gerade eben wollte ich nach Bril gehen, um mir was zu essen zu kaufen, aber Kräuter suche ich auch auf dem Weg. Ich verstehe. Na dann, wir dachten schon, ihr verfolgt uns, weil ihr habt so einen gefährlichen Unterton. Ach so. Ja, ja, ich bin auch aus Angma. Ach so. Ich bin gefährlich. Okay. Ja, ja, ich bin böse. Was Böse ist, Böse ist? Sehr böse? Gehört zu den Bösen. Vielleicht ist es höchstens so gefährlich, wie die Blumen hier rechts ab. Was gibt's sommerlicheres als ein Lavendel? Die ist halt du. Mir auch nicht. Blumen können sehr gefährlich sein, ja? Pass auf, du kannst ein Blumen-Nudel-Abends-Gesicht. Genau, wollte ich gerade sagen. Wie wär's mit deinem Kampf? Halt dann. Zeig doch mal, was ihr könnt als Söldner. Wenn die Frau gewinnt, bekommt sie euren Lohn. Ich bin Archimistin, ich bin keine Kriegerin. Ja, und ich rede nicht. Das ist auch sehr unfair. Ich denke, ich hätte auch keine Freude daran, sie umzuhauen. Na gut, ich dachte, die Nudelfrau könnte ihre Kampfstärke beweisen. Weiß denn das ja nur Nudelarme? Nein, ich habe keine Nudelkräftigkeit. Genau, ich mach mich nicht so was, was ich nicht bin. Aber ich denke, ich glaube, die Nudelfrau kennt mich auch. Also sie weiß, dass ich ein guter Kämpfer bin. Ich verstehe, ich verstehe. Na gut, dann Frau Nudelfrau. Habt ihr auch einen richtigen Namen? Oder seid ihr ein Nudelfrau von Frau zu Frau? So ein Nudel. Äh, was? Was? Ja, ich will euren Namen wissen. Äh, ja, du kannst, ja, du kannst mich Sarah nennen. Ihr könnt mich Sarah nennen. Sarah. Ich verstehe. Ein Name, der in meiner Vergangenheit bereits einmal aufkam. Keine schöne Erinnerung. Aber gut, Sarah. Es gibt viele Saras. Ui, aber wieso? Gut. Was hat sich Sarah denn gemacht? Eine zu lange Geschichte. Wir müssen weiter. Viel Spaß mit den Nudeln. Wisst ihr und... Ja, aber ich... Ja. Aber ich hätte gerne alle zurückgehabt. Also das war nur... Das war jetzt mein Verschulden, deswegen. Vorsicht, Willis Pferd. Vorsicht, Willis Pferd. Vorsicht. Ah, stopp. Der klaut Pferde, der klaut Pferde. Den da. Holt den mir. Der hat mich angegriffen vorhin. Der im Blau. Wer denn? Der Herr. Ich bin mittlerweile nicht mehr da. Sie erinnern sich nicht und ich erinnere mich nicht. Ich habe mich daran... Ich erinnere mich auf jeden Fall noch daran. Ich habe es vorhin gesehen. Hier und ich habe es gespürt. Der hat mich geschlagen. Das ist fail, er. Das ist fail. Unter den großen afrikanischen Pädatoren gelten die Tüpfelhyänen als besonders gefährlich.